...unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Als nächstes Herr Stadler für eine Minute. Herr Präsident, auch ich habe diesem GOMES-Bericht zugestimmt. Der ist im Großen und Ganzen ein sehr, sehr vernünftiger Bericht. Nur ein Punkt wird von mir nicht mitgetragen, und zwar im Beschlusspunkt 2 heißt es, dass im Zusammenhang mit der Neuaushandlung der Zinsbesteuerungsrichtlinie das Bankgeheimnis effektiv beendet werden soll. Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass ich nicht für die Abschaffung des Bankgeheimnisses bin, sondern ich möchte das Bankgeheimnis weiter wahren. Und ich habe daher diesen Beschlusspunkt nicht mitgetragen, der bedauerlicherweise nicht getrennt abgestimmt wurde. Aber ansonsten ist der Bericht von mir mitgetragen worden. Vielen Dank. Frau Saborska als Nächste.